Herzlich Willkommen und Hallo bei Nordamerikaner Rückschau. Ernst K. war sie noch eine Reflexion vom 5.12. bis 11.12. 1994. Die meiste Zeit der Woche war ich Arbeitssuche. Ich war bei mehreren Zeitarbeitfirmen, überall das gleiche, ich könnte immer sofort anfangen. Bei der Wohnungssuche hat sich folgendes ergeben. Das Sozialamt übernimmt die Maklergebung, Kaution und die erste Monatsmiete. So wie es aussieht, werde ich einer von den Therapeuten, Franks Nachbar, beruhigen zu wissen. Ansonsten freue ich mich, dass ich bald fertig bin. Irgendwie will ich raus alleine leben und andererseits tut der Abschied bestimmt weh. Trotzdem ist der Sog nach draußen in der Unabhängigkeit groß. Ja, es war echt cool, dass sie z.B. gesagt haben sie zahlen lassen, dass alles in jemandem Starthilfe. Ich habe dann eben die Wohnung da von nebenan auch bekommen. Es war eine umgebaute Garage. Und die Rinder nähert sich immer mehr, aber ich habe halt ehrlich nicht genau gewusst wegen der Arbeit. Das war halt schon, ah, war halt schon ätzend. Von daher bis hierhin, Daumen rauf oder runter. Peace out. Soll das mal weiter. Sollten